Es liegt direkt an der Costa Calma auf Fuerteventura und ist ein modernes Hotel, das aus vier Gebäuden besteht. Mit einer schönen Gartenanlage und natürlich auch einer schönen Sonnenterrasse. Das Entertainment-Team, das sorgt für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, wobei nicht nur die Kinder im Privat-Kids-Club auf ihre Kosten kommen, sondern auch die Erwachsenen. Da ist für jeden was dabei. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch, die ganze Information. Einen großen Applaus für Adria Jeremy, Konzepte- und Qualitätsministerium, Entertainment, Karin Fesslitz, Ministerin Verküpfsparketik und Michael Schauer.